Daniel, was ist da los schon wieder bei dir? Ja, unglaublich, ja, unglaublich. Äh, das sind ja zwei getroffen. Äh, ich hab das falsche gestartet. Ja, ja, na na jo Goofy, na na jo Goofy. Daniel schnatscht schon wieder und alle Welt hört das mit. Unglaublich. Oh, 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 oh. Ja, ja, in Wirklichkeit spiele ich eigentlich nicht mit einem Menschen, meine Freunde. Äh, eher mit einem Schwein. Ja, 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 da war das Grunzen. Einmal weiter Grunzen. Ah, ah. Was, nimmst du die Scheiße hier auf? Du hast mich ja dazu gezwungen, tut mir leid. Also Leute, ja, wo wir alle denken, dann, ich spiele mit dem Tier. Äh, 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 so ungefähr, so ungefähr sieht es dann nicht aus. So ungefähr sieht es dann nicht aus. Nur so, nur auf zwei Beine. Aha, was zeigst du denen dann, Schwein oder was? Ja, das hat man sich auch gerade in dem Moment angeguckt. Oh, nö, du. Äh, 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 äh. Oh, nö, du. Ich brauch echt Urlaub. Ich brauch so dringend Urlaub. Hast du doch... Ja, jetzt hab ich langes Wochenende. Dann arbeite ich nochmal die vier Tage und dann hab ich endlich Urlaub. Oh, eine Woche, oh Gott. Das ist doch schön. Oh. Kannst du mal deinen schweinlichen Gelüsten nachkommen, ne? Äh, was? Ja, ja. Was der Schweine üblicherweise... Hast du Gelüste? Ja, halt so im Schlamm. Ja, halt so bist du blöd. Im Schlammsuhlen und so. Ja. Ja, natürlich. So. Ja, damit beginnt natürlich dann auch unsere Session, unsere Session hier, ja. Dann habt ihr schon den Kunzen gehört, also mit am Start. Ja, 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 Kunzende Daniel, ja, unglaublich. Ähm, Mob Drop, Mob Drop, das ist... Ah, so, ich hole mir meinen Kaffee. Ja, ja, ich mach schonmal, ich sortiere Essen schonmal, ja? Das ist Blumen. Ja, ja. Du sortierst Essen? Was ist mit dir denn kaputt? Ja, ich hab's Lager gemacht. Oh, das ist ja falsch. Du kunzt ja nur rum. Muss ich Lager auch machen. Was kann man da machen? Da will dein Kaffee kommen. Banane machen, komm. Ja, 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 ich lasse das mal. Ich bin doch hier noch am Hochfang, Mensch. Ja, Hochfang, ganz von alleine. Ach, übrigens, meine Freunde, ja. Das erste Schwein, das Schluckauf hat auf diesem Planeten, ja. Ja, unglaublich. Ja, danke. Daniel, versuchen wir bitte nicht so viele Tierarten zusammen zu mischen. Was soll denn das? Was ist denn da schon da bei Ihnen los? Siehst du euch, aber in die Luft ist selten. Oh, Mann. Auch aus diesem Grund, meine Freunde, darf uns das Cerali hier bei LOL niemals jungle, weil der Gegner, wenn es da irgendwo im Jungle macht, kann der Gegner die Sonne entdecken. Natürlich. Darin wird's liegen. Das ist noch den neuen Mechanics. Ja, ja, Mechanics. Ich geb dir nicht Mechanics. Gleich wieder da. Ja. So, okay. Oh, weia, oh, weia, meine Freunde. Ja, 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 da juckt es im Sturz. So, okay. Na, mal ein kleines Späßchen zwischen, das sollte immer mal sein. So. Okay. Wir machen jetzt natürlich weiter. Main-Eingang haben wir gestern halt schon gemacht. So, heute früh, keine Ahnung. So, ist halt ein bisschen wiegentechnisch so. Da haben wir hier keine Farbenwelt, was auch sinnlos ist. Da machen wir halt nur so ein bisschen zocken, halt so ein bisschen, ne? Und, ähm. So, das ist jetzt auch. Das sind wir da rein, hat es ein Zeugbüßel. Wo ist der Eimer? Ach, er hat mir in die Herde noch gar keinen Besuch. Bei dem anderen Zerbüßel. Die sind leckís ja. Wir brauchen ein paar Üfen. Diddiddiddiddiddiddiddiddiddiddidd. Üfen! So, Kaffee ist in Arbeit, muss ich gleich holen. Ähm... Ja, das lässt sich gut hin. Ja, heute ist die Rat in der Klüssel zusammen, sag ich. So! Gut, 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 gut. Was ist denn eine Ratte? Was ist denn eine Klutschüssel? Genau die! Oh, ich hab's geschafft! Ich logge an! Ja, unser, prächtig! Ich glaube, ich stand aus dem Baum. Ich wollte gestern, als der Infinity-Server Probleme hatte, wollte ich eigentlich den Baum entscholzen. Sehr gut. So, dann machen wir mal weiter. Aber wenn ich ja dann auch mal drüber musste... Ja, ich bin auf dem Baum. Wir haben ein bissel mit Abholzern hier. Ich bin auf dem Baum. Oh, das ist schon weggelaufen. Ja. Deine Zifferlachung suggeriert auch Schockauf. Ja. Lachen wir was für uns. Ja ja auf jeden Fall, wenn man hier und da auch zum Tier wird, aber ja, ich geb dir vollkommen recht. Ich bin kein Tier. Natürlich nicht. Ich bin kein Tier verstanden. Ah. Ah. Das ist halt bei mir hier oder so. Das ist halt bei mir gleich mal ein Konstrukt hier. Das ist ja jetzt ärgerlich meine Axt ist. Du brauchst ja aus Holz das ein eigenes. Du brauchst ja mal eine Köpfchenkeppel dort vor Ort und dann, oh ja. Kratsch. Kann ich mich auch gleich wieder mit Bird hochfahren. Kannst du, es ist auch ein bisschen Eisen im Ofen. Oh, hier ist wieder so ein oller Käfer. Äh. Was? Eisen, 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 Eisen. Ja, in der, in der, äh, da wo die Tonnenkraftgeschichte ist. Ja, ich hab's schon. Da ist es Eisen. Drei 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 Eisen. Echt? Drei där dude. Hätte ich jetzt gedacht, dass man damit fliegen kann. Wispsch. Drei Eisen. Oh, wo hab ich denn den Daumen abgeholt? So, hier. Drei Eisen. Hier ist ein bisschen Blitz Ich hab's alle weggemacht von mir Ich weiß es nicht Oh Ich kann's auch nicht tun Ah, das ist ja Was wäre eigentlich so die nächste Best? Hast du das schon mal geguckt? Nö Guck mal runter klein, ich bin jetzt eine Zimmerpflanze Ist das okay für dich? Oh Ich will, 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 oh Was hast du denn da gemacht? Jetzt bin ich ein Krokophant Ich hab irgendwie gerade gestampelt Was gab es wegen dem Alligator? Ich hab keine Rückmeldung Ich hab keine Rückmeldung Ja, das zu machen Das mal machen, weil es sich dran schuld, okay Heißt, Alligator ist böse Ich hab die Krokopop Das ist gut nicht, was ich nie dinheiro und räum Catherine Ich habe diesen Zucht Machen und die 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 Das ist jetzt ok. Ich guck, wenn du ähm mit Holzding jetzt nicht bist, dann hole ich noch mal ein bisschen Mida Mida. Ja, ich warte mal, bis mein Bild wieder da ist. Beim letzten Mal hat er sich auch relativ fix dann irgendwann mal gefangen. Äh, nicht so lange. Ach, ungewöhnlich. Okay, so... Du Ärzte, nein. Ja, du bist noch im Spiel. Und du bist noch nicht tot. Ich stehe auf dem Baum, sollte mich wundern, wenn ich jetzt so bin. Redermäuse. Es gibt genügend Anhaltspunkte, nicht aufm runter zu holen. Ja. Musstest du das jetzt unbedingt aufzählen, sterbe ich jetzt bestimmt nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist schuld. Du. Nein, das Kletter geschossen hat. Das Kletter... Hey. Das Kletter... Du bist schuld. Ich hab ja wegen dir hier keine Rückmeldung. Jetzt krieg ich die Schuld, ja. Jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich ja... Wenn man diese Schuld zur Weisung... Das ist am Platz. Ja, ich glaub, werd ich wohl schließen müssen. Ja, was soll schließen müssen? Voll, Micha. Hast ja gut hingekriegt, ne? Mechanics. Mechanics, ja. Was ist draus? Ja, weil ich geschossen hab. Ja gut. Weil, dauert ja auch keine Stunden, bis es bei mir hochgefahren ist. Das ist richtig. Egal, mach was draus, viel Spaß. Ach, lass ich das nicht. Warte. Genau. Achte genau drauf. Ja, hab ich. Wie regnet es, Zombies? Wie regnet es, Zombies? Wie er denn auch noch einen Schöner? Ja, das mag. Das mag. Wie nehm. WELCOME TO THE ZOMBIE NATION. Na, dann hol ich mir mal fix meinen Kaffee, dann musst du jetzt fertig sein. Ja, mach das. 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 Ja. Ja, mach das. Ich denke, ich habe es schon mit einer Ehringung. Okay. Okay. Die Zwischenstufe, da können wir noch irgendwie noch reinschremmen. Also hier macht der Hammer auch wieder Sinn. Die Zwischenstufe, da kann ich sicherlich machen. Ich bin der Fall im Mund. 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 Was ist mit Jum? Jawoll, da. Unser Wunderstand. Ich bin ja trotzdem gezogen, dass wir trotzdem die Spitze machen müssen, um das, äh, das Tier am liebsten erstmal abzuschremmen. Aber dann hat es ja noch keine, äh, Obsidian-Dinger gesichtet. Ah, das ist ein Maler-Tick. So, gut. So, gut. So, gut. So, ich hab einen Grad gebraucht. Je ne, da warten. Ja, mal gucken, ne? Link ist der Rechtsverkehr. Das heißt, ich muss die Treppe reinziehen. Ach, wacke jetzt am Spälerkrank. Ah, es steht ja immer wieder runter. Ich muss die Treppe jetzt sofort einklägen. Das ist im ersten Mindestumschnitt. Das ist im ersten Mindestumschnitt. Diese Wisch-Rooms, die kannst du nicht essen. Ach so. Sie sind für Taunkraft. Kurzer Beispiel, Taunkraft gut, tut gut. Ja, das ist doch... Halt, ich komm, wechseln jetzt auf die andere. Die hat noch einen Verzüge. Ah, ok, das krieg ich schon. Fünf Cobblestone. Und ein Finch. Ist alles da. Ein Roherz und ein Kohle. Das können wir auch hin. Da komm ich die Treppe rein, hahaha. Refined Tools. Ok. Perfekt. Und... Utherstone... Flint Coal... Flint Coal... Deko Bullshit... Deko Bullshit... Faggot... Was ist das? Bitscherie und Mob Drop... Bitscherie? Hier Bitscherie? Bitscherie? Hier rein? So, dann haben wir... Oh, diese verschiedene Koppe... Oh, hier. Guck dir's mal an, hier. Mein Irma ist die für den Schneebring. Das ist grün! Ja... Das hätten die Spannende etlichen können. So... Warte, ein bisschen Koppelst du brauchst jetzt mal zwei Stück. Uuuuuh, was ist das? Darf ich mir gleich eine Quest abgeben, oder was? Eine? Du kannst gleich ein paar mehr. Sehr gut. Achja, ich hab ja ein bisschen mal rund geguckt, ne? In dem NEI, was es so gibt. Da gibt's eine Torm-Mod. Darauf möchte ich so eine Art Geschützt-Torm-Mod. Ja? So, mit verschiedenen Tierstufen an Fundamenten. Und da kannst du halt oben draußen eine Art Geschützt-Torm draufschrauben. Ja? Der mit verschiedenen Dingen schießt. Okay. Unter anderem auch Kartoffeln. Also eine Kartoffel-Kanone. Ja, aber da brauchen wir so ein gutes Kartoffeln. Das ist so geil. Ich freu mich riesig auf die Kanonen. Ich freu mich riesig auf die Kanonen. Das wird richtig cool, Mann. Das funktioniert nicht so. Manche anderen nehmen? Ja, funktioniert. Ja? Ähm... Bitte nimm keine Blind Bags. Weil... Du kriegst sie nicht. Was? Ich hab jetzt zweimal... Ich hätte jetzt von den Quests her... Ne, da nicht. Da auch nicht. Da eins. Zwei. Drei Blind Bags hätte ich jetzt haben müssen. Ich hab nicht ein einziges... Im Inventar. Okay. Also das heißt, sofern du irgendwas aussuchen kannst, nimm nicht das Blind Bag, sondern das andere dann. Boah, da sind keine Blind Bags. Was soll denn das? Das ist doch grad dann das Geilste. Schönes Überraschung. Ja, aber irgendwas, ähm... So. Okay, Minenaufgang ist jetzt auch fertig. Treppen gehe ich zu Out of Stones. Kabel ist los. Okay, dann machen wir mal. Ein bisschen was abgeben. Flashbooks. Das ist Facket. Ach, vergiss es. Initial Search. Jetzt habe ich Blind Bags bekommen. Hä? PA Master Chief Blind Bag. Okay. Oh, Copper to Silver Chest. Super, weil wir ja auch so viele Copper Chests bauen. Ja gut. Für den Anfang, hm. Das ist halt nicht übel. Ich hab ein Milker Upgrade. Allow the farmer to milk animals into buckets. Der Burner. Ja. Ich hab ein Back bekommen. Blind Back. Basic. Ja. Ich eben nicht. Quest Book und Münzen. Die kommt da rein. Münze, 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 Münze. Das ist das. Pems Unkrautkraft. Kommt da rein. Tutat Essen. Das ist normal zum Trinken. Kommt oben rein. Hardcore Questing. Das kommt in diese Truhe hier rein. Dieses komische Verbörte Pilz. Ich sollte dir mal was sagen. Jetzt kommt. Ja. Die Belohnung habe ich auch nicht gekriegt. Ich habe keine Sherry Soda gekriegt und keinen Trail Mix gekriegt. Amo Bullet. Ja. Mudula. Jawoll. Geil. Technik Rohstoffe. Ne. Äh. Mach mal oben rein. Das ist ja eigentlich so. Ihr habt alles gekriegt. Soweit ihr es jetzt gesehen habt. Das ist aus einem Betrug. Egal. Ob einer bekommt es. Also wir gehen nicht schnell aus. So. Jetzt kann ich das mir dann eigentlich nochmal beginnen. Jetzt geht es los. Tim Copper. Das hier ist schnell zum runterkommen und die Treppe ist schnell zum hochkommen. Das hier ist ein bisschen der Lärm. So. Einmal. Ich bin der Lärm. Einmal. Okay. Jetzt ist es so schnell runter. Dann klackst du einmal hier nicht. Hochkommen und die Treppen schneller. Zum Beispiel der Tasch. Der Burner. Ich habe 10 Furbit Low Shrooms bekommen. Das ist Premium. Das ist doch nur Premium. Ja. Das ist mal die erste Mine. Ich bau mal was 3 aus. Das ist Premium. Das ist auch nur Premium. Ich muss ihn ganz dringend den Hammer erforschen. Das brauchen wir Eisen. Und den Table machen. Mal auch mal ein bisschen Sand. Brauchen wir auf. Packen wir mal bei Dekokraft. Ich habe keine Ahnung was wir damit machen. Ähm. Das gute ist, dass wir später die Kisten durch die Silber Chests und Gold Chests im ganzen Bullshit auch noch austauschen können. Was es da wiederum Frachtraum Bonus gibt. Frachtraum Bonus mal 2. Ja. Ich brauche noch mehr als mal 2. So. Es blinkt jetzt irgendwie. Alles. Und. Äh. Du kannst woanders auch noch. Ich bin gerade unter der Tage. Ich komme dann gleich wieder hoch. Wenn meine Spitzhacken kaputt sind. Oder ich ein bisschen Eisen geschüttelt habe. Du musst dann bei deiner Liste ein bisschen weiter runter scrollen. Und zwar kannst du nämlich dann nachher bei der Punkt 9 und Punkt 10 auch Kisten dann abholen. Cool. Hier sind automatisch. Ich bin sehr beschwertig dadurch, dass wir hier bei dem anderen schon was gemacht haben. So. Was haben wir denn hier schönes? Elektronik Mines. Redstone. Goldstone. Blast. Das wollte ich noch nicht machen, weil da das kettet sich so hart an dann. Dann fängt das an mit dem ganzen Shit. Dann müssen wir echt den Hammer haben. Ich glaube, dass wir wenigstens mal ein paar grundsätzliche Gänge bauen können. Tinkering with tools. Drei Sachen, drei Gravel, ein Eisen und ein Lavabucket. Äh. Ja. Gut. Das sind drei Eisen. Das ist nicht das Problem. Ein Lavabucket könnte eher das Problem werden. Boah. Du brauchst so viele Dinger jetzt hier. Nachher Redstone und den ganzen Kackeln. Mhm. Das wird richtig hart. So. Was ist das denn? Knick. Knack. Faker, Wolle, Eisen, Glas. Bienen. Nein. Blast, Gold, String, Planks. Nein. Oh nein. Ich hab keine Bienenkiste gemacht. Grimpower. Was ist das? An Hour of Power. Ein Diamant, ein Glas. Ich hab's gar nicht drin. Hier gibt ja wohl nichts drin. High Technology. Das Factory Line. Oh. Da gibt's was. Das muss ich hier holen. Guck mal die Kohle. Leak of Coal. Double Coal. Multi Coal. Quadra Coal. Ah guck mal. Das mit den Britannia Blumen. Das kann ich ja schon mal. Das ist richtig. Immer machen. Ja damit. So. Wie viele Erz haben wir jetzt hier unten? 25. Ich geh erstmal zurück. So. Ich geh schon mal kurz hier rein. Und. Ja. Kiegt schon. Ja. Kiegt schon. Ah. Da hinten. So. Und die Lava ist. Da und da. Alles klar. Das geht. Pass mal zurück. Wie schnell das geht. Wahnsinn. Wie ich nochmal hier. Anlauf nimmt. Und. Na ja. Dass du drücken. Kann man so sehr schnell angehen. Und hochkommen. Ah. Jetzt hab ich grad ein bisschen Mist gebaut. Eins. Oho. Autsch. Ja wo bist du grad? Ist ich grad hier nicht? So. Muss weiter Richtung Osten gehen. Achso. Ich suche. Warte. Was suchst du denn? Brutania Pflanzen. Achso. Ja. In der Nacht suchen wir immer am besten. Ja. Hab ich gemerkt. Ob das nicht grad die sinnvollste Idee war. Nein. War es nicht. Ein kurzer Kart. Wir sind gleich wieder da.